Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ist es denn normal? Du hast ein Loch in der Wand und wie kriegt man das zu? Genau, mit Spachtelmasse. Wir machen das jetzt hier mal. Zack. Bisschen beitupfen das Ganze. Aber ganz ehrlich, es ist zu einfach. Lass uns heute mal ein Experiment starten. Und zwar Casein-Spachtel selber machen. Klingt kompliziert, wird aber aus ganz normalen, haushaltsüblichen Sachen hergestellt. Und wie das Ganze funktioniert und was das ist, das ist jetzt. Ja Freunde, aber bevor es losgeht, was brauchen wir denn überhaupt? Also als erstes Essig, ganz wichtig, fettarme Milch und zu guter Letzt Backpulver. Ja, was nach einem komischen Rezept klingt, wird tatsächlich schon von den Menschen seit tausenden Jahren als Leim eingesetzt. Als Zusatzstoff für Farbe. Casein ist wirklich ein unglaubliches Produkt, was auch heute noch in speziellen biologischen Farben eingesetzt wird. Unter anderem kommt es auch in Wurst und Käse vor. Und was auch noch interessant ist, bis in die 1930er Jahre wurde daraus Leim für den Flugzeugbau hergestellt. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, so ein paar Background-Informationen. Ich liebe sowas. Also wenn man sowas hat, dann denkt man sich immer, hä, kann sowas funktionieren? Keine Ahnung, deswegen machen wir das jetzt. So, dann lasst uns den ganzen Spaß mal anrühren. Also ich habe jetzt hier einen Behälter und da fülle ich mir jetzt mal 230 Milliliter Milch rein, würde ich sagen. Wie gesagt, ich weiß selbst nicht, was dabei rauskommt. Deswegen müssen wir das jetzt testen. So, 230 Milliliter. Und jetzt kommt der Essig rein. Och, ich hasse diesen Geruch von Essig. So, dann machen wir jetzt mal hier. Das ist jetzt Pi mal Daumen. Ich würde mal so sagen 50 bis 100 Milliliter Essig. Sollte gut sein. Und das Interessante ist, der Essig denaturiert das Eiweiß in der Milch. Das heißt, es fängt sich an zu spalten. Und das Casein ist sozusagen dieses Milcheiweiß. Und das wollen wir jetzt rausfiltern. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde ziehen. Und dann gucken wir uns mal an, ob sich da schon was gespalten hat. Keine Ahnung. Ja so, Freunde, willkommen zurück. Und ich hatte sich echt schon gut was getan. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Tatsächlich aufgespalten in Molke und Milcheiweiß. Ja, jetzt müssen wir das Ganze noch trennen. Und dafür brauchen wir ein Sieb, einen Messbecher und ein Baumwolltuch. So, jetzt nehmen wir unser Material und kippen das mal vorsichtig rein. Ich hoffe, es funktioniert. Und wir können die Milch richtig trennen. Oh, das stinkt so übel. Aber man hat es schon, oder? Warte. Ja, das Plätschern ist ein gutes Zeichen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hier tropft es rein. Und es sieht sehr, sehr klar aus, die Substanz. Und ich glaube, wir haben es geschafft, das Milcheiweiß von der Molke zu trennen. Ja, das geht hier wie beim Kaffeekochen, Freunde. So wie sich das anhört, wird das noch eine Weile dauern. Und ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal durchlaufen. Ja, Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus. Es erinnert ein bisschen an Joghurt oder Quark. Vom Prinzip her ist es auch nichts anderes. Nur, dass es ein bisschen strenger riecht. Würde ich sagen, dann füllen wir uns mal ein bisschen was vom Material ab. Ja, das sieht doch lecker aus, oder? Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das hier aussieht. Das ist jetzt hier das übrig gebliebene. Könnt ihr sehen? Krass, das ist die Molke. Vom Prinzip her einfach nur Vitamine und Zucker, die in der Milch waren. Tuh! Ja, Freunde, ich bin so gespannt, ob das funktioniert und wie das aussieht. Kommen wir zum finalen Ende. Ich fülle mir hier noch mal ein bisschen was vom Material um, weil alles brauchen wir nicht, wäre jetzt Unsinn, zu viel Backpulver zu verschwenden. Backpulver ist bei dem Experiment hier immens wichtig, weil es neutralisiert die Säure. Ja, Casein allein hat noch keine Bindekraft. Erst durch das Backpulver entsteht die, denn da ist zum größten Bestandteil Natriumhydrocarbonat drin. Und das führt dann dazu, dass es später knochenhart werden soll. Außerdem ist es so, dass dadurch die Essigsäure neutralisiert wird. Und bei dem ganzen Prozess entsteht auch noch Kohlenstoffdioxid. Und ich meine, das kann man hier sehen, es wird nämlich ein bisschen fluffig, fast schon wie Sahne. Das ist jetzt auch so ein Ding, ne? Wie muss die Konsistenz sein? Also ich persönlich finde schon, das fühlt sich gut an, ne? Ja, bleibt nichts anderes übrig, als es auszuprobieren. Jetzt ziehe ich mir mal ein bisschen Material auf. Das Zeug kannst du kompostieren. Ideal. Soll nicht schön aussehen, es muss helfen. Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir das Ganze jetzt mal trocknen und schauen uns mal an, ob das was gebracht hat. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Es ist wirklich kein großer Unterschied. Knochenhart. Hört ihr? Auch hier das Material im Topf habe ich mal antrocknen lassen. Man sieht ja hier, es ist knochenhart. Und hier in dem Material, wo wir kein Backpulver zugegeben haben, das ist immer noch, seht ihr das? Das ist immer noch flüssig. Ja, und wenn man das Ganze mal an der Ecke weiterdenkt, ist das eigentlich nichts anderes, wie man diese Sumpfkalkfarben selber herstellt. Das macht man nämlich auch mit Kalk, mit Wasser, mit Quark und mit Pigmenten. Und dann kann man sich seine eigene Farbe herstellen. Nichts anderes eigentlich wie das hier. Nur wie gesagt, hier haben wir das aus einer Milch extrahiert, anstatt einen Quark genommen. Und haben das dann auch mit Backpulver. Wie gesagt, das ist do-it-yourself-mäßig. Alles das, was du im Haushalt hast, um damit dann eine Spachtelmasse zu erstellen. Wie gesagt, von der Wirtschaftlichkeit gesehen her, ist das so, wie wenn du mit dem Hubschrauber zum Briefkasten fliegst. Es macht keinen Sinn, aber man könnte es ja mal ausprobieren. Dann weiß man, dass es funktioniert. Und sollte der Tag kommen, dass es keine Spachtelmasse mehr gibt, dann kann man schön auf den Milch umsteigen. Ja, falls du noch irgendwelche Fragen zum Thema habt, ab damit unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben. Abonniert auch den Kanal kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ganz wichtig, genau Glocke aktivieren. Denn dann wirst du benachrichtigt, wenn auch neuer Content rauskommt. So, ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut! Gut!